WTF, was ist da da für eine Zombie-Party, man? Bist du noch am Industrial hier? An der Mauer? In der Nähe, ja. Ich bin da, wo man sonst Industrial reingeht. Schau dir am besten das Krankenhaus an, vielleicht wird irgendjemand anderes so auf die Idee kommen, da hochzugehen. Ja eben, ich bin grad unterwegs zurück. Ich hab's nicht mehr in der Sicht. Jetzt hab ich's wieder in der Möbel. Mal in zwei Minuten das Restart. Ich will nur mal ein Stück. Das sind halt echt dumme arschige Positionen. In der Stadt hier. Für mich mit der DML. Hm. Oh, ist das gerade heller geworden? Nein, nein, nein. Ich lauf wieder zum Schreien. Ich lauf wieder zum Schreien. Ich lauf wieder zum Schreien. Also jetzt, wo ich jetzt hier grad bin, kann ich die Position hier noch halten, aber wenn's gleich hell wird, ist es echt gefährlich an meiner Position. Na ja, deswegen geh ich ja wieder hoch am Stein und guck dann mal da unten gleich, was sagt Vietnam ist, ob er restarted. Wenn sie, wenn sie aber eh, wenn sie zu dir kommen wollen, müssten sie ja an mir vorbei, von der Theorie her. Ich bin ja im Wald zwischen dir und der Stadt im Grunde, ne? Hm. Okay, server restarted, ich bleib mal im Wald. Na, wo bleibt der Connection Mask? Da. Oh, tsss. Das geht für mich, oh yeah. Oh ja, er ist fertig mit Laden. Und es ist wieder Tag. Ist nicht doof, dass jetzt alles respawned ist, weil auch alles weg ist in der Stadt. Obwohl du gleich mal dich im Industrial umgucken konntest, ob da Engine Parts sind, weil ich glaub der Schrotti... Endert no texture. Was ist das denn? Na, ich drück einfach OK. Ja, aber auch einfach OK genug. Ach sorry, was hast du jetzt gesagt? Konntest dich gleich mal im Industrial Viertel umsehen, weil, äh, Schrotti steht, also der große Schrottpanzer steht da glaube ich noch. Und noch ist ja theoretisch nichts verloren. Äh, also... Dort hin zurück, wo wir grad eben waren, oder was meinst du? Ja, direkt nach außen. Das ist, das Schrottzeug ist direkt ganz außen. Ein paar Hallen. Bist du da, wo wir grad waren? Naja. Und dann bist du auch nicht so mittendrin. Ich guck mich da jetzt nochmal um, vom Stein aus. Mal. Tö, Moment, Wuske. Das ging schnell. Ja, wieso legt er sich nicht in der Penis? Wo da? Sind da Hallen, oder was? Ähm, ja, da sind Hallen. Zwei Stück. Und auf der anderen Seite ist eine, äh, ein größeres Haus. Ja, wir sind doch gar nicht an Hallen vorbei gekommen, oder? Ne, ne, die sind im... Also du musst schon da reingehen auf das Gelände. Wut? Wie, Wut? Wut? Wo? Ja, du bist an der Außenrand vorbei gerannt. Dort, wo diese Steinmauer ist. Ja, da laufe ich ja immer noch grad lang. Ja, und in der Steinmauer sind zwei Industriegeblende. Einmal Hallen und einmal ein größeres Haus, wo man durchlaufen kann. Ich laufe jetzt von da, wo wir gleich gekommen sind, einfach rein in die Stadt und laufe dann links auf diese Dinger zu. Okay? Ja, und wenn du genau zwischen denen lauend läufst, dann kannst du dann beide rein. Also genau mittig von der Stadt. Mhm. Jetzt sind das, jetzt haben wir's. Okay? Ich seh, by the way, zurzeit niemanden. In der Stadt. Ne, hier buchte ich noch nicht gesehen. Wie bist denn da jetzt? Äh. Einem Rand der Stadt, ich lauf jetzt grad rein, aber ich hab'n Zombie, geh, soll ich ihn kurz töten lieber? Ne, wieso? Hä? Ne, wieso? Ja, weil wenn ich erwischt werde mit dem Zombie am Arsch, ist scheiße. Ja, dann erschieß ihn halt, du musst du wissen, aber ich seh halt eh keinen. Wobei, wenn du wirklich in den PvP-Fight kommst und du hast ein Zombie am Arsch, tipp, ignorier ihn. Ignorier ihn einfach völlig, so als wenn er gar nicht da mehr. Der Spieler ist hunderttausendmal gefährlicher. Da ist gar keine Halle, wo ich... Ich weiß noch nicht grad, wo du hin gelaufen bist. Ganz rechts das Gelände. Das die Ecke der Stadt bildet. Ne, ne, da ist auch nichts. Jetzt das links. Ah, ich seh dich auch laufen. Genau, und da kannst du jetzt oben rechts, da genau, wo du drauf zuläufst, da kannst du einmal rein. Und dann läufst du, ähm, genau die Richtung weiter. Und dann kommst du zu zwei Hallen. Oh ne, das ist Essen. Oh, und mein Essen... Oh, und mein Essen... Oh, ne, lest essen... Ender Punkt, du kommst, doch... Da war nix... Hm. Hier liegt ne Fuel Tank Part, aber das brauchen wir nicht. Ohne Lust. Müsste theoretisch alles noch im Auto sein. Wo hab ich das Auto von hier aus? Da läuft was. Da fährt was. Der fährt auch mit meinem Motorrad weg. Der fährt, glaub ich, aus der Stadt aber raus. Ich kann nicht schießen, solange der nicht still bleibt oder gerade. Ich komm hier nicht von diesem Punkt aus meinem Ding hier raus. Wieso fährt denn der so krüppelig? Jetzt seh ich nichts mehr. Ich meine, da wurden die Wheels kaputt und das ist auch gerade so aus, als ob die Wheels immer noch kaputt werden oder ob er trotzdem damit gefahren ist. Da ist er. Er ist ausgestiegen. Er hat ne AK oder sowas. Er läuft zwischen den großen Hochhäusern rum auf der anderen Seite. Mitte der Stadt. Ich seh ihn jetzt nicht mehr. Ist hinter den Häusern verschoben. Da schießt wer. Und wo? Weißt du das ungefähr? Mitte der Stadt. Mitte der Stadt. Mitte der Stadt. Ja, ja, da ist er. Da ist er. Da ist er. Jetzt hör ich dich, glaub ich. Ja, ich hab ihn angeschossen, aber nur angeschossen. Wo ist er denn? Erklär. Die sind beide noch an den Hochhäusern. Die sind beide an den kleineren. Einer ist nach rechts gelaufen, einer ist nach links gelaufen. Die größere... Das Viereckhaus. Das ist ein einziges Viereckhaus. Ähm, nein. Wo bist du? Auf dem Industrial Spot? Hinterm. Zwischen dem und diesem... Beim Supermarkt. Zwischen dem und dem Supermarkt. Auf der Straße. Auf dem und dem Supermarkt. Ah, da läuft er. Ja. Ist das in der Nähe? Ja, rechts von dir langsam. Aber noch ein bisschen weiter in die Stadt rein. Wobei, der könnte jetzt schon gleich rechts sein. Also, guck bloß nach... in die Stadt rein. Du... Warte mal, sollst du das neu orientieren? Nee, ich versteck mich hier grad zu einem Buschritten. Oh nein, kackzombie. Ich seh sie aber auch nicht mehr. Ich muss sie aber auch, glaub ich, jetzt weg. Scheiße, wie viele Zombies! Du bist doch. Ich hab's in Augen verloren. Und dann schießt da grad wieder wer... Ach, ich lauf, lol. Lol! Ja, okay, da hab ich gewohnt, schon. Ich hab gewusst, dass ich da gleich weg muss. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. In der Stadt wahrscheinlich. Immer noch an diesen viereckigen Häusern. Ich hätte früher weg sollen. Verdammt! Noop, noop, noop! Ja, und ich bin der auffälligste Neger hier. Nee, dann verkämpf dich irgendwo. Das versuch ich gerade, aber ich hab grad fünf Zombies amane. Wenn dem auch sofort ein One-Shot gegeben hat von da unten, das ist schon nice. Okay, jetzt hab ich hier die Fall rausgelootet. Rucksack noch da, oder? Ich weiß noch nicht, wo die DMR abgeblieben ist, oder wo DER mit der DMR abgeblieben ist. Die ist auch nicht da. Also zumindest nicht in der Leiche. Ich kann's halt nicht sagen, wo was abgeblieben ist. Ich hab nur eine Leiche gerade jetzt hier gefunden, hier oben mit, ähm, der Fall. Und ne Mega. Und ne Arkadon. Also wenn du hier hochkommst, gibt's ne Arkadon vielleicht. Wenn du hier hochkommst, Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da fliegt er. Was sind die an PCs oder? Da fliegen zwei hintereinander. Vielleicht ist der dritte schon wieder abgestürzt. Wo bist du gerade? Am Stein jetzt. Bist du am Stein? Okay. Hast du irgendwas mitgekriegt? Nee. Okay, dann komm ich jetzt langsam mal runter. Wart noch, wart noch. Ich bin noch unterhalb. Also unterm Stein direkt. Jetzt links vom Stein. Okay, ich bin überm Stein. Und hier aus rechts vom Stein. Also ich sehe meine Leiche. Du kannst jetzt mal an meine Leiche gehen. Und damit könntest du denn sonst zur Not werfen. Dürftest du mich dann ja sehen? Nee, ich sehe nur meine Leiche. Ja, da läufst du gerade hoch. Ja, genau. Okay. Stanak, Stanak, Stanak. Viermal Stanak. Okay, beeil dich bitte da oben. Was meinst du, was ich hier mache? Komm schon, Mucksack. Ich will dich. Boah, deine Kack-PKP-Pechengen hattest du da drin? Was hatte ich? DKP-Pechengen-Munizierung. Nee, nee, das hatte der Typ da mal. Ja, den muss ich gerade schnell umlagern. Nee, nee, musst du eigentlich nicht. Eigentlich kannst du das ja so taken. Da ist nur ein dummer Trigger-Punkt, dass du den Rucksack bekommst. Krieg ich noch. Nee, dann loggers um.